Isabel Gulat, 36, und Kevin Trapp, 31, haben sich gesucht und gefunden. Seit 2015 gehen der Torwart und das brasilianische Model nun schon gemeinsam durchs Leben. Im Juli 2018 hielt der im Saarland geborene Sportler dann schließlich um die Hand der dunkelhaarigen Schönheit an, geheiratet haben die beiden bisher jedoch noch nicht. Anlässlich ihres sechsten Jahrestages machte Kevin seiner Herzdame nun eine kleine Liebeserklärung im Netz. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Kicker jetzt einen Schnappschuss des Paares, der die beiden bei einem Videoanruf zeigt. Sechs Jahre voller unendlicher Liebe, Unterstützung und Bewunderung, begann der 31-Jährige zu schreiben. In Isabels Muttersprache portugiesisch bedankte er sich schließlich bei der Beauty für die gemeinsame Zeit und fuhr dann fort. Ich liebe dich so sehr. Unter dem Post ihres Verlobten schrieb die 36-Jährige wenig später, dass sie Kevin mehr liebe als alles andere. Auch Isabel ließ es sich jedoch nicht nehmen, ihr Glück mit ihrer Community zu teilen. So postete sie auf ihrem Profil ein Video der beiden Turteltauben, auf dem sie vor dem Eiffelturm im Halbdunkeln tanzten. 2910 Tage voller Liebe, schrieb die gebürtige Brasilianerin zu dem Clip und Kevin kommentierte ein humorvolles Du kannst mich sogar zum Tanzen bringen, unter dem Beitrag. 310 Tage voller Wie reingte demonen zu dem Satz. 310 Tage voller Liebe, schrieb die gebürtige Brasilianerin zu diesem Malen. 310 Tage voller Gegenruf 310 Tage voller Liebe, schrieb die er die Zeit an. 710 Tage fuhr Kinder систему, schrieb die Verheirien zu Husten. 212 Tage voller Eiffeltausch Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020